Episode 1 erwacht. Wir lassen uns jetzt einfach mal schön drauf ein. Ich bin gespannt. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielerentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Wähle mit Bedacht. Würdest du bitte mal von den Bahngleisen gehen? Hallo? Chloe, na klar. Nicht mehr ganz sauber, oder was? Ich kann nicht glauben, dass Firewalk ein Show am alten Mill spielt. Ja, schau doch! Meine Mutter würde mich töten, wenn sie wusste, dass ich hier raus wäre. Kann es sein, dass das grafisch einen Ticken besser aussieht, schärfer alles? Na gut, ist halt jetzt PC, ne? Springen. Hoho, Rebell. Natürlich. Holy shit. Also ich glaube, der erste Teil, also das Original, kam 2015. Ich weiß nicht, wann, bevor der Storm kam. Aber es... Okay. Aber es sieht alles viel schärfer aus. Okay. Wenn ich jemandem 1.000 Dollar, würde ich meine Pantle schütteln, würde ich meine Pantle schütteln. Äh, dritter, fünfter. Chua vs. Goldie, 3 zu 1. Einsatz 1.000 Dollar, Verlust 1.000 Dollar. Damon Merrick. Okay. Diese Leute brauchen einen Rücken. Oder nicht. Verdammt. Geh, dein eigenes Geschäft. Ich verstehe, ich verstehe wirklich. Und es wird nie wieder passieren. Ich versuche. Du kannst es nicht mehr machen. Das ist einfach. Bevor der Storm wurde, 2017 angekündigt und veröffentlicht. Also nochmal zwei Jährchen drauf. Okay, ja, da haben sie aber dann nochmal ein bisschen geschraubt. So Grafik und sowas. Ah, perfekte Ort, für mich zu arbeiten. Wir sind doch ein Rebell. Now what to draw? Ein Penis, Penis! Hm. Es gibt kein Penis. Kein Methylabor? Gratis- Oh ja, gratis Süßigkeiten. Hey Kids! Free Candy. Okay, cool. Dann können wir anscheinend mit der Chloe überall so ein bisschen Vandalismus machen. Dieses Ort hat ein sehr viel Blut in den Jahren. Ich würde eine Motorcykel-Gang mitnehmen. Wenn ich irgendeine Freunde hatte. Wir wollen damit fahren. Ich muss da rein kommen. Okay. Dann müssen wir wohl einen Weg nach... äh, da rein finden. Kann ich die aufbrechen? Okay, anscheinend kommen wir hier nicht rein. Mit den Mobbets können wir auch nicht fahren. Und ich glaube, der lässt uns auch nicht rein, ne? Ich helfe dir, Miss. Du musst mich rein lassen. Check es. Ich bin total legit. Die Band hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Bisher? Okay, war ja klar, der Türsteher lässt uns natürlich nicht. Ich kann ihn nicht umdrehen lassen. Darf ich zurückgehen und mit ihm stehen? Oder kann es ein altes Lumbercar? Ich glaube, es hat Jahre, seit irgendjemand hier gearbeitet. Das Saar sieht sehr älter. Ich wundere, wie lange vorhin das Knochen hat. Nein, den haben wir schon. Bei dem können wir nur gucken. Lagerfeuer. Aha! Eine Stunde ist die gelaufen. Für ein Konzert, nicht schlecht. Schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Okay. Auch traurig. Was ist hier so? Können wir hier rein? Hier rein? Nö. Wir müssen doch bestimmt da irgendwo reinkommen, oder? Da können wir nur hören. Eine zweite Tür inside? So nah, noch nicht so weit. Okay, vielleicht müssen wir doch noch mal mit ihm reden. Hallo. Gott, wieder? Was willst du, Kind? Lass mich rein und zwar sofort. Die Mühle, dein Motorrad. Hm, keine Ahnung. Mit deinem Motorrad. Ist das dein Motorrad da oben da? Ja. Es ist, äh, ziemlich cool. Gee, danke. Ist das alles? Das ist die alte Kuh, oder? Ich habe gehört, dass hier heute Firewalk spielt. Sie sind großartig. Nein. Sind Sie schuldig? Ich will nur nicht anfluchen. Nichts. Stunde laufen. Wir brauchen beim Gewerbegebiet 20 Minuten. Zu meinem Bahnhof. Halbe bis dreiviertel Stunde. Zu Fuß. Eine Stunde geht er noch. Warte mal, können wir was mit seinem Bike machen? Nichts sagt, badass, wie ein neuer Floralprint. Aha, neuer Dialog. Gott, wieder? Was willst du, Kind? Oh. Lass mich rein. Du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Okay. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu, äh, zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Okay? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Okay. Also, er sagt, ich dachte, das hätten wir diskutiert. Deine Schlafenszeit steht doch schon an, oder? Deine Schlafenszeit? Tu mir den Gefallen. Keine Schlafenszeit. Komm, wir sind mal voll, voll, äh, skandalös. Deine Schlafenszeit? Oh, ist es nicht deinem Gefallen? Real kürzlich. Aber ich weiß noch nicht. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Niedlich. Okay. Niedlich ist relativ. Kitten, die kleine Mopäden sind süß. Ich bin eher wie Red Sonja, die ein Panzertank. Roar! Okay, Kind. Ich verstehe. Du bist schwer. Schwerer zu erkennen. Hier ist Spielplatz. Eine gute Reaktion auf Kleine. Das hier ist kein Spielplatz. Aha. Red Sonja. Guter Film. Okay. Das hier ist kein Spielplatz. Vielleicht bin ich ein Kind. Denn dieses Ort sieht wie ein verdammter Spielplatz an mir. Eine Frau wie du? Ich kann dich da nicht beschützen. Blumen. Aha. Jetzt können wir auf das Motorrad reagieren. Eine Frau wie du, mit sehr, sehr, sehr Blumen auf ihrer Bicycle, sollte mich nicht überlegen, was ich tun kann. Das ist eine traditionelle Samoane... Schau. Mein Boss entscheidet, wer in die Reaktion kommt. Okay? Wer ist dein Boss? Is dein Boss your mom? Follow-up. Du leben in dein Boss's basement? Du... Du bist nicht auf die Frage, oder? Nein. Und du denkst wirklich, du kannst mich nehmen? Ja. Was, wenn ich einen Knopf habe? Keine Probleme. Eine Kugel? Keine Waffe. Was, wenn ich... Du kannst einen Flamethrower, eine Armee Roboter Ninjas, und ein Möchel-Dragons auf einem Kugel in da, und ich würde immer schreien deinen Kugel. Ich werde das nicht. Wir sind ihm jetzt sympathisch. Sehr gut. Die erste Herausforderung gemeistert. Grandios, grandios. Das ist intensiv. Oh, Chef. Hey, Delia, komm. Du bist ein Hund. Soll uns nichts erzählen hier mit seinem Mädchenblümchen. Können wir gleich darauf abgehen. Kann ich schon spielen? Nein, okay. Jetzt kann ich spielen. Pitbull. Kann ich den einfach streicheln? Der Hund ist färisch. Was ist ihr Name? Delia. Ha! Und eigentlich eine Liebe. Sie mag nicht immer Menschen. Ja. Ich auch nicht. Vertranken, Girl. Sober up, Girl. Du missest das Show. Damien Merrick wieder? Wer ist dieser Typ? Der ist wahrscheinlich hier noch ein Thema. Ja. Keine Scheiße. Dieses Auto könnte jeder Minute abschneiden. Dieses Ort ist falsch. Okay, das werden wir uns wahrscheinlich für später merken. Wir müssen uns genau sagen, wie ich es erklärt habe. Das Schnapp ist verrückt. Nein, 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 nein. Schau, wir haben... 20 Dollar, Baby. 20 Dollar? Das ist Robberie. Und nicht nennen mich Baby. Okay, 20 Dollar, Thief. Der Mann ist ein Dich. Wenn ich ein Schnapp will, muss ich kreativ sein. Dann gucken wir uns erst mal noch ein bisschen um. Aha. Okay, da komme ich nicht... Ah, durchboxen. Das böse Auge. Ja! Finde ich sehr gut. Okay, zu trinken kriege ich wohl nichts. Was ist hier? Achso, zwielichtige Typen. Bei ihm muss ich kreativer werden. Frank? Ah, Frank! Kennen wir doch noch. Chloe? Ich weiß deinen Namen, du Idiot. Du hast mir jeden Monat für ein Jahr gekauft. Schau an das, Getup. Die Stöder. Du hast zu hart versucht. Was machst du hier denn? Was machst du hier denn hier? Ich bin hier für die Feuerwacht, Mann. Sie sind super. Wie hast du sogar gehört, über dieses kleine Schindig? Ha, die Internet. Wie noch? Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin glücklich, dass du mitgebracht hast. Okay, so, du hältst? Ich könnte definitiv etwas benutzen, um die Öffnung zu nehmen. Natürlich. Als du mir die 175 Dollar gewollt. Shit! Ich will ihm wirklich so viel? Unless ich etwas schnelles Geld herbezüge, dann kann ich mein High-Goodbye. Wie geht's, dass du mich etwas spätst? Du weißt, dass ich es gut bin. Kein Weg. Ich habe letzte Mal meine Lehre gelernt. Geld zuerst. Keine Ahnung, Ben. Seid dich selbst. Wenn du nicht 20 Dollar hast, mach es. Meinst du... ...die Handbremse? Nein, 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 nein. Schau, wir müssen uns genau so aufsetzen, wie ich es mitgebracht habe. Alles klar? Es wird nicht mehr nehmen. Entschuldigung, Mann. Vielleicht sollte man nicht mehr überladen. Shit! Nein, 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 nein! Komm schon! Danke, dass du spielen willst, Dick. Oh, ja. Schöne, schöne Verkauf. Oh, ja. Was ist da? Das ist etwa 200 Dollar. Schöne Verkauf. Ich bin rück. Ich bin rück. Können wir da den Frank bezahlen jetzt? Was ist denn? Sie wird zurück. Was ist das, Weed? Ah, hier kommt es. Hier ist Bares. Okay. Ich will sehen Sie später. Was auch immer. Halb der Städte sind durch. Sieht gut. Klasse. Ich will noch einkaufen gehen. Bis dann und viel Spaß. Peter, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Einkaufen. Hauen Sie rein. Jetzt gehen wir aber mal rein in die Party hier. Halt, was ist das? Bier! Bier! Ja! Und jetzt durch. Ja das splash. Gibt es jetzt eine aufs Maul? Hey! Hoch? Dreiache! Nice, you bumped into me, remember? Look off man! Hey you don't know who I am, do you? No, and I give zero shits. Hey let me know how that works out for you, bitch. Alright, Mosh Pit is a no go. Fine. Noia dialogue. Na du? Hi! Na du? Ich weiß schon, was du schon wieder willst. Hoffentlich klappt's. Essen? Leckerli? Beides wahrscheinlich. Oh. Also erst Essen und dann noch Leckerli als Nachspeise. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft! Der Steck ist weg, ja? Der Steck ist weg, ja? Was? Oh, oh. Da kommt er wieder. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butt-hurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some man. I'm serious. You want to see me get angry here because I'm getting there and it won't be pretty, it won't. She thinks she can take you? Hey, dickhead. Ich mag deine heutige Entscheidungsweise. Ich bin heute auf Krawall gebürstet. Wähle weise, diese Tat wird Konsequenznahmen. Angreifen, wegrennen. Hallo, Krawall. Ich bin heute auf Krawall. Come on. Hurry up. Komm, mach uns stolz, Andy. Ich hab euch stolz gemacht. Ja, gut, dass wir die Schulden vorher bezahlt haben. Ja, gut, dass wir die Schulden vorher haben. Heute sind wir richtig auf Krawall gebürstet. Aber hey, ich muss mich ja reinfühlen. Wir sind Teenager. Komm, da muss man doch ein bisschen auf Krawall gebürstet sein. Saufen, rauchen, die Leute blöd anmachen. Da ist alles mit dabei. Oh. Also fährst du die Schiene durch das ganze Game? Ich glaub, ja. Ich glaub, ja. Ist vorbei mit vorsichtig. Ne? Die Max war sehr vorsichtig, zurückhaltend. Hat anderen viel geholfen. Wir sind jetzt ein richtiger Rebell. Und so ziehen wir das auch durch. Oh yeah, Baby. Das wird super. Meine richtig gefärbten Haare hatte ich erst mit 20 oder so. Cool. Na ja, klar. Jetzt müssen wir erstmal einen durchziehen, ne? Weil wir sind ein auf Krawall gebürsteter Teenager. Episode 1 erwacht. Die Musik ist auch ganz anders als im ersten Teil, ne? Im ersten Teil war alles super entspannt. Jetzt ist schon ein bisschen... So, lass uns mal aufstehen hier. Seitdem laufe ich mit roten Haaren rum. Feuerrot. Oder wie mein Onkel immer charmant sagt. Lungenpestrot. Lungenpestrot. All I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Lungenpestrot. Ich hatte mit 16 pink-lila Haare. Würde immer noch färben, wenn es nicht so bäh wäre mit ständigem Nachfärben. Auch cool. Okay, wir machen es wieder so. Ich stelle auf die erste Seite, lasse wieder ein bisschen Puffer. Dann kann man Pause machen und sich das in Ruhe durchlesen. Also kann man ja dann später im Video Pause machen und sich das in Ruhe durchlesen. Hey Max, hey Dad. Another day in Paradise. Right? Chloe, wakey, wakey, Edgy, bakey. Was? Wakey, wakey, bakey, bakey? Ah, das war aber schön. Wakey, wakey, bakey, bakey. Werden wir was mit Rachel Amber haben? Ah, warum? Ist doch schön. Das war so stolz von mir, dass du das stupide Wissenschaftsfaire gewonnen hast. Bask, you mortals, in the light of the glowy bear. Oh, wunderschön. Hey Celesta, einen wunderschönen wünsche ich dir. Und auch Tatjana, hello, hello, hello. Du kommst mit einem Furz hereingeschossen. Wie geht's dir? Blackwell Academy, Warren Graham, Chloe Price, Hyden Jones und viele andere Namen. Ah, schön. Guten Tag, wie fandest du das Erste? Oh, mega, mega gut. Die Story hat mich auch noch lange gestern Abend nachdenken lassen. War echt ein sehr gutes Spiel. Wirklich sehr, sehr geil. Ich hasse mein Auto. Warum? Was los? Liebe Miss Arcadia, habt ihr gehört, dass Firewalk in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was. Sergio 22. Anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten. Weiß nicht, aber ich like das Thema mal. Okay, Leute, hier ist der Knuller. Es ist eine Privatparty. Nicht wie ihr, nicht wie, ihr seid nicht eingeladen, sondern eher wie, ihr seid besser dran, wenn ihr wegbleibt. Ich weiß, das sorgt nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind. Also kommt auf eigene Gefahr. Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Schon mal von der Mühle gehört? Danke. Okay. Oh Scheiße. Wenn du gehst, guck niemanden in die Augen. Wenn du ihnen in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du weg guckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf mein Rad hören. Haha. Siehe meine Augen. Meine Augen sind außerirdisch. Toller Film. Wovon redest du? Gesandter des Grauens, aber das Original. Verstehe. Was ist die Mühle? Wie niedlich. Voriges Thema. Die Prescotts und die Illuminati. Nächstes Thema. Spenden für die Erdbebenopfer. Ich wollte jetzt gerade Erdbeerenopfer in Haiti sagen. Wait, what? Who? What photo? Hm? Ann Chloe Price. Betreff, Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Kann ich den anklicken? Nö. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Äh, Fireborg, Knight. Du siehst scharf aus. Wer ist die Süße in deinen Armen? Deborah irgendwas. Deborah Borgen, glaub ich. So ein Spaß. Küsschen. Glamour, du hast es drauf. Wer ist Deborah Borgen? Die im Auto mit Rachel. Uh, Rache. Du bist so umwerfend, ich hasse dich. Und wer ist Almond? Alter, das ist Chloe Price. Taylor, war Rachel nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich hab mich gewundert, wo sie ist. Burn. Oh nein, das war nicht so gemeint. Es hat so viel Spaß gemacht. Eine äußerst intelligente Unterhaltung. Es war eine sehr weirde Unterhaltung, um ehrlich zu sein. Meine Feder ist gebrochen und muss jetzt getauscht werden. Ich kotze im Strahl. Oh, und da müssen ja beide getauscht werden, ne? Wie hast du dich entschieden? Am Ende habe ich mich entschieden, Chloe zu opfern und die ganze Stadt samt Einwohner zu retten. Kann man sicher im Internet eingeben. Hat er meine Frage beantwortet? Gerade eben. Mr. Haiti. Ne, Haifi. Fun Fact. Du Mörder. Naja, ich wäre so oder so ein Mörder, ne? Entweder hätte ich die ganze Stadt ausradiert. Oder? Aber das ist... Ein schönes Einhorn. Oder? Schon schön. Sehr voluminös. Das Einhorn. Ich hasse Pferde, sorry. Sehr gut, beides machen. So, ich bin ja. No more Unicorns, no more Princesses and no more fucking Rainbows. Oh, Graffiti machen, ja klar. Words of wisdom, don't fail me now. Genie ist. Just ask Steve Jobs. Oh, ja. Ein Prozent Inspiration, 99 Prozent LSD. Naja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Darf ich ihr Flügelchen geben? Diese Flügelchen. Keine Flügelchen! Ich hab die alle gespeichert. Du musst das Foto löschen, auf dem ich tanze. Nur mit dir lasse ich mich so gehen. Frohes zweimonatiges Jubiläum. Elliot. Okay. Schauen wir mal weiter. Achso, umziehen. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Um zehn. Egal was für Flügelchen. Hauptsache Flügelchen. immer diese Flügelchen. Rabenshirt nehm ich auch. Ja! Wir sind rebellische Raben. Ja, passt schon. Komm, weiter. Hast dir genug angeguckt. Sieht gut aus. Passt. Rabenshirt nehm wir. Sieht super aus. Die guten Vitamine. Ich laufe immer mit einer Lederkette rum. Da ist ein Rabe dran. Na siehste, da passt es doch jetzt ja hervorragend. Dann lasst uns mal zum Mumfy Mumfy. Ui, zur. Ja, ihr kommt gleich. Breakfast. Okay. Mom's phone ist probably in einer Rune. I can use it to call mine. Then figure out where the hell I left it. Ich will trotzdem erst was anderes gucken. Arr-Cadia Bay. Die Mutter schiebt ihr grönen Haar, um ihren Mann zu empfehlen. Vielleicht grönen Haar ist sein Kryptonite. Vielleicht sollte ich mein Haar grönen. Wer gesagt, du kannst nicht nach Hause gehen, war wahrscheinlich von Arr-Cadia Bay. Und er könnte nach Hause gehen. Er wollte einfach nicht. Ring. Der Ring ist ein Heirat. Nein, tu es nicht. Tu nicht heiraten. Niemals im Leben. Fuck you, Arcadia Pond. Wait. Mom's selling her Engagement Ring? Oh nein. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Die will ihren Verlobungsring. Aha! Das sind ein paar Lümmeltüten in der Schublade. Schweinchen. Schweinchen. Und jetzt finden wir den Dildo. Okay, doch nicht. Liebe nach dem Verlust, eine Anleitung, sich selbst zu vergeben und in die Zukunft zu blicken. Okay. Dann, schauen wir mal ins Handy. Also, beziehungsweise rufen wir uns mal an, dass wir wissen, wo unser Handy-Dödel-Dandy steckt. Wie kann Mom sich das jeden Tag anschauen und nicht sehen, wie ein Stiefdödel sie bezeichnet? Der Stiefdödel. Oh ja, stimmt ja. Sollte ich, ich habe gerade das Pfeilchen gesehen, sollte ich das vielleicht noch überschminken? Ist du mit uns zu Abend? Nee, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Elliot? Spanisch-Test war scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Oh. Lo siento. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass du ja alles weißt. Jetzt dachte ich schon, dass es ins Klo gefallen ist. Hatte zumindest meine Mutter mal bei einer Patientin, die sich beschwerte, weil das Klo verstopft war. Was findet meine Mutter? Ein Smartphone, das das Klo verstopft hat. Scheiße. Chloe, Frühstück. Bring meine Pfeilchen mit dir, bitte. Ja, ja, okay. Aber sollten wir das Pfeilchen noch überschminken? Ich glaube, ich habe meine Pfeilchen in ihrem Raum gesehen. Ja, ja, ja. Aber das geht nicht. Ich kann hier nicht auf Schminki-Schminki zugreifen. Wir haben aber ein Pfeilchen. Hier kann ich auch nichts. Also kein Schminki-Schmink. Na gut, dann wohl nicht. Ja, was willst? Handtasche oder endlich mal Frühstück? Ja, nee, ist klar. Ich bin dein Packiesel oder was? Stimmt, in ihrem Zimmer könnten wir noch schnell gucken, oder? Können wir da noch mal rein? Ne, können wir nicht mal rein. Na dann, mit dem Pfeilchen nach unten. So, vielleicht wäre es gegangen, ich weiß es nicht, aber ins Zimmer komme ich nicht mal rein. Müssen wir jetzt damit leben. You can put my purse on the dining table. You might still have time for breakfast if you hurry. Breakfast. Wo ist die Handtasche? Noch in meinem Inventar. Ja mein Gott, du haben halt sechs. Nehmen wir das Kind doch einfach mal beim Namen. Sechs. Haben die zwei. Gleich. Freitag, 7. Mai 2010. Werft wird geschlossen. Obwohl Projektentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, dass der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündet er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. In einem für Langzeiteinwohner der Gegend wenig überraschenden Schritt liquidierte die Prescott Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeiterverbands von Arcadia Bay. Michelle Kinsey Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigte das Vorgehen als unser Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten wettzumachen. Sean Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen. Warum will ich plötzlich etwas Feuerwerks bekommen? Eine Feuerwarnung würde für alle Einwohner von Arcadia Bay herausgegeben. Strafgebühren für illegales Feuerwerk und Lagerfeuer in nicht autorisierten Gebieten werden verdoppelt. Das ist Principal Ray Wells. Lass mich emphatisch sein. Ich habe einen enormen Schick in meinen Mund. Danke. Auch, Chloe. You're poor and in trouble. Arcadia Bay Anzeiger. Studiengebühren steigen. Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an finanziellen Sorgen liegt, sagt Director Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehener Akademien ähnlichen Kalibers sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Die Eltern von Blackville-Schülern investieren in ihre Kinder, nicht in Ferienhäuser. Wells betonte weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott. Die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleiben. Okay, schön, vielen Dank. Ho. Schüttel das Ding. Mit vollem Einsatz. Mit vollem Einsatz. Okay, das ist traurig. Warte. Was? Was? Potroast? Mom hates potroast. Es ist nicht, dass ich ungratetig bin. Es ist nur, dass wenn deine Momin in einem Diner arbeitet, du bist nicht immer in der mood für Diner-type food. Hey, Mom. Du wolltest zu sprechen? Chloe, was hast du zu dir? Es ist kein Problem. Ich bin in eine Tür. Du hast es in viele Tür. Bei dem Satz hatte ich anderes Kopfkino. Entschuldige, ich mach's besser. Nein, ich hab geschlafen. Oh, du machst es so schwer, dich zu vertrauen. Ist das, was du über das Thema gesprochen hast? Was ist es mit dir und David? Sie sind immer auf den Schmordkasten. Warum können wir nicht nur eine leise Gespräche vor der Schule haben? Oh, Verlobungsring? Erstmal auf den Schmorbraten anreden. Ich dachte, du liebst den Potroast. Du kannst ein Nein, danke dir helfen. Nein, du liebst den Potroast. Ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Und David mag es. Und nicht sagen, du bist nicht interessiert. Verlobungsring. Also, das ist das, was wir jetzt tun? Was, was dein Freund magst. Verlobungsring. Hast du dein Engagementring? Chloe, Jewelry get's a praise for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe. You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old fashioned. Yeah. An old fashioned dickhole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Das war kein Witz. Let's not fight. I made you breakfast. Nah. I'll just... I'll just... Grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs. Two for David, two for me. And just before I served them, he says, What are you gonna eat? Nah, nah, nah. I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you've missed the bus again. Why would you assume that... Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? And I do know what pot smells like, you know? Erfahrungen damit? Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know, so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Maybe David should start paying rent. He spends the night often enough. How would you know? You're never here yourself. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Papa Banguraman. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes when we're incredibly... desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice. You will be respectful. And you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Dickhead. Mom's trying. Breakfast. I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? You want me to pretend, I'm okay with David? That everything's okay? I'm not. He's a chauvinistic piece of shit, frankly. Chloe. If your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. Oh, 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 oh. Ja, good. Come on. And now breakfast. Mom. I don't know where I lost you. You didn't lose me. Right. David's waiting. He'll need the keys. They're in that ashtray you made me? Go be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Here they are. Let's get these to David so he can drive away. Dies werden wir verteidigen. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I'd better get going. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me. So. Nobody's fault, really. We're already supporting one. Thanks. Support our vets. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Family pick used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Captain Chloe Blaubart, Geisel von Arcadia und ihr erster Offizier Long Max Silver. Da juckt man's, Nesli. Achso. Kann ich aufmachen? Überfälliger Betrag, 500 Dollar. Säumniszuschlag, 50 Dollar. Neuer fälliger Betrag, lass mich rechnen, 550 Dollar. Bitte überweisen Sie den Betrag. Konto säumig 30 Tage nach dieser Benachrichtigung. Danke. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Was für ein dummer, bescheuerter Spruch. Der Lustknabe oder Sklave. Moment. Ne, ich kann nicht niesen. Hm, Jobmesse. Echte Arbeitgeber wollen Sie treffen. Äh, mit, 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 keine Ahnung. 21. April. Rathaus Arcadia. Hilfe für Ihren Lebenslauf. Karriereberatung. Schön. Ah, ich hab ein Gesprächsthema. Für ein Davizio wahrscheinlich. Na, 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 na. Na, endlich. Hey, bist du Chloe? Steph Gingrich hier. Hey. Ich hab deine DVD. Ich kann sie vor, äh, ich kann sie dir vor der Schule geben. Danke. Okay, cool. What a piece of crap. The car, too. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Chloe, is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Oh, that's sweet. When I was your age, I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better. Tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electro-insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites the part- Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage. And we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this. No. School is hardly worth walking to. Ich wollte zu dem Fahrrad. Kann ich kurz mit ihm reden? Where is the socket wrench set again? Ach so. All I see in the garage is family stuff. You know. Not your stuff. Take around on your own time. It's in the toolbox. In the garage. You won't be late to school on my watch. Close your penis. tinyus penis in all of Arkadia Bay. Is it your penis? What's David doing, leaving proof in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? Mmhm. I think... My mashie... OFF guy. You're the asshole. 50 50 chance i smash him in the face with this 60 40 maybe 90 10 oh ja graffiti if it's in my garage it gets my special treatment what message does david really need to hear ich hab's gehört schniedelkasten finde ich geil schniedelkasten finde ich großartig schönes bild großartige zeichnung der schniedelkasten mit der entscheidung kann ich sehr gut leben do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff asking for a friend this was the photo mom took down from the living room guess we don't have room for it and david's mustache david's lawnmower maybe mom and i like our lawn the way it is ever think of that dad's toolbox he used to get so excited whenever anything sprung a leaker busted mom's been cleaning again dad's old camera do they even make film for these anymore jetzt wieder the stereo used to be in dad's workshop shoot it up in my room before garbage day gets it first should fill this with gasoline just in case david's car ever catches on fire okay dann haben wir wohl alles gesehen ja ein bisschen mehr Hustle würde dich nicht töten halt's maul gibt's überhaupt noch die altmodischen filmrollen also nicht mehr neu hergestellt was es wieder gibt äh sind so sofortbildfilme die werden wieder hergestellt aber sauteuer ich weiß nicht mehr ich glaub so ein achtermagazin kostet mittlerweile 20 25 euro und bei filmrollen musst du halt glück haben da noch was zu ergattern aber analog fotografie ist großartig ich glaube ich lasse ihnen hängen ja ja wie du alles gefst du machst Sieht er jetzt mein Graffiti? Stimmt, die Polaroid ist ja wiedergekommen, ja. Gibt's jetzt auch in der digitalen Fassung, wo man vorher erst Bilder auswählen kann und dann erst ausdrucken. Wir müssen uns nicht lieben, aber du wirst mich respektieren. Du hast es genug von einer Vakation aus einem Vaterfigur zu haben. Also es gibt ein paar Dinge, die ich wirklich klar bin. Oh, ich kann Diskussion beginnen, das macht man natürlich. Du kannst mich nicht beschädigen, wie ich weiß. Weil du einfach versucht hast, und f***st du. Ich kann viel größer als du. Just remember das. Dann hoffe ich, dass du eine bessere Plummer als du ein Mechaniker bist. Du, deine Mutter, du hast sie Herz verletzt. Ja. In diesem Fall ist sie eine Art. All du hast ist... Was ist es dann, wenn du eine Pornstache hast und eine Zerobung hast? Ich war in der Army. Du wirst mich besprechen. Ja. Nyeh. Don't know why I bother trying mission accomplished ja haben wir gut gemacht haben wir geschafft Country music? I love this song. I just called to tell you that I miss you. What a beautiful day. I know what a spark cloak does, jerkwad. I guess mom left her purse back here? Dad, turn it up. I love this song. Oh, so ist er also gestorben. Ist aber auch kein, kein schöner Tod, ne? Aber ich glaub kurz und schmerzlos. Hey. The hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late. Whatever. You're welcome. Hello, black hell. Yeah. Ja, da waren wir ja schon lang nimmer. Mensch. Look laufen. Mhm. Richtig, richtig blöd. Vom Zug erwischt. Vom Zug erwischt. Hey. Hey. Oh. Hey, Elliot. Wait, what happened to your face? Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Guess it's true then. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So. So. How about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah. Totally. I know it's gonna be lame, but... I was thinking... Do you wanna go together tomorrow? Das grellingt schrecklich. No way. I'd rather have my eyes gouged out with rusted forks. Yeah. Right. Me too. I guess. Alright. See you in cam. Yeah. For sure. Gotta track down Steph to pick up my DVD. I've still got time before class. DVD von Steph holen. Nathan and Tights. Can't unsee. Meh. Well. At least not for now. Okay. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Drogen! Sie machen dich fertig! Hey! Bin bei den Picknick-Tischen mit Mikey. Danke! Aufm Weg! The future needs excellence. The future is an asshole. Wo sind die Picknick... Ah, da ist die Victoria. Wo sind die Picknick-Tische? Filmvorschläge, da gibt es so viele. Schauen wir mal zur Victoria. Ist sie auch hier so eine richtige Pfliege? Oh! Carrie Price! It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that, what with Rachel Amber. Am I right? Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. It was a pretty normal night for us. A little music. A little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Oh, seriously though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. BFFs. Who are they not? So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So, you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God. I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment and you're being you. Oh. Oh. Sorry Victoria. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Of course. That last problem was hard, right? If I'm remembering correctly, the answer was... Fluorine, uranium, carbon, potassium and, uh, uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey, thanks, Carrie. No problem. Wir sind wild. Und auf Krawall gebürstet. Wo sind die Picknick-Tische? Ich mach mehr Krawall. Da hinten. Hm. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner. Directors Cut, coming right up. Der blöde Runner. 5 bucks, right? Keep it. I'm just glad, someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life of a real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Did you two go out last night or was it just like a friend thing? I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Step has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah, I don't have 50 hours right now. Well, thanks though. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else have you got to do before class? Ein andermal. Sollen wir da mitspielen? Wollt ihr da jetzt mitspielen? Ich glaub, die hat ein Auge auf uns geworfen. Ich glaub, die will uns. Was? Ja, mitspielen. Ihr seid ja krass. Oh, what the hell. Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Nice. I could totally see myself as an elf barbarian. I know. I'm good. Alright, let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon. A once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgoron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, Foremost Advisor to King Tiberius, and Sworn Defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. Uh, I'm an elf barbarian. Name, uh... Kalamash, irgendwas, dia. Ja. Nyeh. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgorod, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Original Blade Runner kam, äh, 82. Gab den nochmal was im Jahr? Ja, nee, den meine ich nicht, die Neuverfilmung. Ich meine schon das Original von 82. Die Neuverfilmung ist ja kacke. Äh, hab mal Menschen Kebab gemacht. Nyeh. Nyeh. I want stabbed guy in the chest with a sword and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. Das ist ein bisschen beeindruckt, ha? Ja. Ja. Ich will erst die Gefangenen befreien. Die Gefangenen befreien. Gefängnislager. Los. Bom. Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you and, in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Ah, okay. Hey, shit face! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Ich will nochmal diese Aufgabe machen, einschüchtern. Und das nochmal... Ah, ich will einschüchtern. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common. Which means he can't... I cast communication. On the dragonkin. Shit. Really? Now, he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge. Where you try to use... Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in. Nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Everybody knows that dragons are pussies. That's why they hide in caves and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. Hmm. That was a mistake. The dragonkin growls, snapping at you and showing his teeth and claws. Tall one is a fool. Dragons are gods, he says. Damn. Maybe we'll just wait here while you die of old age, dragonkin guy. This tabletop shit is hard. Try playing solo. The dragonkin swallows the key, pointing at his stomach and then his own butt, laughing at you. Then he... I shove my axe through the cage, right into his stomach. Then I twist it, and then pull it out. His guts and shit start falling everywhere, but I jam my hands inside his open stomach, grabbing the key. Then, in the final moments before he dies, I hold the key up to his face, and then I laugh. Normally, I'd say you failed the challenge, except that was so horrifically amazing. You won. Yeah! Go team! Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Ja, dann holen wir noch Loot, oder? Vom Übungsplatz. Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy set orc, who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field. All of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgul's Acid Blast. Um, Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit! You see why I haven't really needed a partner? The heavy set orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive war hammer. All yours. I knee him. Right in the orc balls. Success. The orc clutches his groin. Never to father children again. Ouch. Your turn again, Chloe. Okay. Let's end this. Fatal cleave. I need him. I need him. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks then splits open like a hot dog bun. Fuck you! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Dafür wirst du bezahlen. My character raises her axe. You'll pay for ruining all that loot, Elamon. By my honor, I apologize. Here, take this potion as a gift. Thanks, dude. What's next? No done. It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the Raiders of the Black Well. Sitting comfortably at his throne. He's a huge, red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily six feet long. His laughter bellows. Wah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's Cataclysmic Cone of Fire. The fire fizzles out on contact. Durgeron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire-based. Except for, you know, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Kalamastia? What'll it be? What's Wrathful Rush? It's like a shoulder slam, an angry, angry shoulder slam. Okay, I do that. You scream with wrathful rage, then charge. Durgeron is caught off guard and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him back and doing some damage. Hell yeah! Next. Brutaler Schlag, weil Vernichtungsschlag wird nur nicht ausreichen. I want to punch that stupid man-cow in the dick. Like, right in the dick? Right. In. The dick. Chloe, you punch a lot of dicks. So? You miss. Durgeron burst out laughing as you stumble past him. Asshole. Jetzt haben wir nur noch unseren Vernichtungsschlag. Oh, holy shit. Annihilation strike. That sounds boss as fuck. One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no. Three. Your axe strikes Elmon's leg. Um, legs. Plural. Suffering both feet at the ankles. This game is awesome. My feet? Durgeron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit. I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgeron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp. 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 This is all my fault. Sort of. What should I do? Na komm, springen wir davor. Oh, no. Durgeron laughs as he impales you on his blade, lifting you on your head. I can't do anything with that stupid grace. Wunderschön. Herzlich willkommen. Hey, I chopped your feet off. And we're even. You feel your strength draining away as Durgeron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Auf seinen Kopf zielen. I take one last swing at Durger... Dur... Dur... Durface's head. You have to roll high to hit. You're almost dead. Oh, no. Hmm. Eleven. You swing, catching Durgeron on the side of his head, severing one horn. But you don't do enough damage, to kill him. What a asshole! He laughs. Then rips you off his sword. With a vicious jerk. Noooon! You die painfully. So mean. I'm sorry, Chloe. I have to escape. Hey, man. If you can... Ja, auch. Do it. I cast... Wardens hide away. You sure? It's all I've got. You summon a Spectral door, which shields you from Durgeron. Light flares out, blinding him. The door swings shut, then disappears. You are gone from sight, and cannot be harmed. I guess... I'll have to come back when I'm stronger. That was fun. Check out what I drew. Magi's got serious drawing skills. Ja! Sorry I died and left you out there to fend for yourself. It's cool. I'll get him. Eventually. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah. I'll adventure with you anytime. Mahanba. Mahanba. Thanks for the game, nerds. Okay. Check. Next stop. Chemistry class. Joy. Chemistry class. Good luck, seniors. Ey, ich bin mal schnell hängen geblieben. This makes being high sound like a bad thing. Evans' work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Die Gefahren von Waldbränden von Evan Harris. Okay. I would sacrifice a goat to Jeremiah Blackwell himself, if it meant I'd be leaving here in a month. What the hell? Oh, 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 oh. What have you got here, Twitch? Don't call me that. True North. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser. Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Whoa, whoa. You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard. Well, your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Oh, oh. You're a piece of shit. I am going to kill you. Stop it. You guys, stop. Bully, do something. Don't stand there watching. Oh, da kann ich wieder mich... Oh, da können wir wieder los machen. I've got to put Drew down. Fertig machen. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? How about picking on someone your own size, which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? You mean you're a budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Oh, yeah. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Go, Samantha. Go, Samantha. I guess you've got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? Ah, undankbar auch noch. Are you all right? Thanks for sticking up for him. Um, people think just because of his family. Everything okay here? No problem, Skip. Everything all right. Okay. Schon wieder. Die Mama. Du kriegst ja dann nachher gleich was. Nicht so ungeduldig. Nicht so ungeduldig. Hm? Du kriegst dann schon was. ich kann nicht hoch scrollen warum kann ich nicht hoch scrollen mir gefällt nicht wie wir die dinge belassen haben wir reden heute abend weiter perfekt war das ein sarkastisches perfekt nein okay commit star hinein that pick would actually make a sweet tattoo oh good you're here sister see Rachel I do beseech you chiefly that I might set it in my prayers what is your name Miranda oh my father I have broke your has to say so good admired Miranda indeed worth what's dearest in the world many a lady I have eyed with best regard and many a time had listened many a time the harmony of their tongues hath I listened to Hayden you're killing me you've had weeks to be off book sorry mr. Keaton no don't apologize to me apologize to your scene partner who's been very accommodating and to your other fellow actors and most of all to yourself mr. Keaton sorry to interrupt but does this look better I had my mom take it in a bit Rachel looks awesome huh this is getting as surreal as last night looking good Rach very cool exquisite Rachel as always mr. Keaton I'm still having trouble with my affections are then most humble I have no ambition to see a goodlier man I mean does she really mean that especially because I just straight out told her I've been being all the ladies yeah that is hard we've talked about that line forever we need a fresh perspective the question is a Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience and dramatic circumstances or has she actually just met the love of her life what do you think flirtet sie gerade mit mir sometimes when you meet someone who's going to change your life you just know it I guess also we've got parents coming to see the show right at 20 bucks a ticket it's gotta be true love So, noch kurz mit neuen Nachbarn und Alten. Viel Spaß! Auf eine gute Nachbarschaft! Haben wir gerade geflirtet? Ich bin schon wieder da, hab, äh... Hab nur kurz ein Papier mehr runtergebracht, alles klar. Was soll ich holen? Einen Gürtel. Oh. Hey, now. Sharing is caring. Stifte für den Inspizienten, niemanden sonst, alias Steph. Rachel looks so happy here. There's Rachel's belt. Wir haben den Gürtel gefunden. I guess I'll go give this to Rachel now. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Nette Bezeichnung für die Nachbarn. Wegen dem Papiermüll. Naja, hab herausgefunden, dass der im ersten Stock, ne, Schichtarbeiter ist. Der muss um 3 Uhr morgens aufstehen. Findet er nicht so prickelnd, wenn bis 22 Uhr oder später Rambazamba gemacht wird. Schwierig. Äh, das haben wir doch schon gelesen. Why do theater kids take themselves so seriously? Rachel Amber als Prospera. Rachel Amber, eine neue Schülerin der Blackwell Academy, beeindruckte in ihrem Vorsprechen mit einer herzzerreißenden Lesung von Blanche aus Tennessee Williams Endstation Sehnsucht. Rachel's andere Interessen umfassen Sport, das Debattierteam, Spendensammlungen auf Booster, lokale Geschichte und Natur. Sie hofft, eines Tages auf den Bühnen des Broadways und der Kinoleinwand in Hollywood zu erscheinen. Nathan Prescott als Kaliban. Nathan ist ein geliebter Sohn der ältesten und einflussreichsten Familie von Arcadia Bay und hofft, dass seine Vorstellung in der Sturm des Vermächtnis des Prescott-Namens an der Blackwell Academy noch erweitern wird. Die Darstellung von Kaliban war eine Herausforderung für den Zehnklässler, der seine Freizeit mit Sportfotografie und seinen Freunden verbringt. Dana Ward als Miranda. Dana ist in der zehnten Klasse und trat im letzten Jahr in zwei anderen Produktionen an der Blackwell Academy auf. Dana mag Football, Vorwärts Bigfoots, Social Media und Tanzen. Sie hoffte in der zwölften Klasse, ein Mitglied des Vortex-Clubs zu werden. Ja, wird sie ja. Haydn Jones als Ferdinand. Diese Aufführung markiert den Einstieg von Haydn Jones in die Theatergruppe der Blackwell Academy. Er sprach als Ergebnis einer Mutprobe vor und wie es sich herausstellte, genießt er die Schauspielerei tatsächlich. Erst im zehnten Jahrgang und zu seinen Interessen zählen Sport, Kräuter, Kräuter und lange Spaziergänge im Wald. Süß. Juliet Watson als Ariel. Juliets Hauptinteressen sind Journalismus und sozialer Aktivismus. Doch sie ist sehr aufgeregt, in diesem Frühling ihren ersten Auftritt als Ariel zu bestreiten, dem unberechenbaren und mächtigen Geist, den Prospera verzaubert und ihrem Willen unterworfen hat. Travis Keaton, Regisseur. Travis Wilbury Keaton ist ein Veteran des Broadways und dient der angesehenen Blackwell Academy als Lehrer der Schauspielkunst, Mentor und Freund. Er hofft, dass seine bescheidene Neuinterpretation von Shakespeare's Meisterwerk die zukünftige Generation an Aufführern dieses Landes dazu inspirieren kann, nach Größe zu streben und niemals sein Motto zu vergessen. Ars Gratia Artis. Inspezienz, Steph. Passt schon. Passt schon langsam. Gut, dann geben wir hier mal den Gürtel, jetzt erwischen wir sie nackig. Aber Chloe hat auch im ersten Teil gesagt, dass sie sich die zwei geliebt haben. Oh ja. Ich glaube, wir erleben gerade, dass sie sich verlieben. Da hinten ist sie und die ist nackig. Ich sag's euch, die ist nackig. Wo sind die ganzen Stifte? Ich weiß, dass du es warst, Hayden. Ich glaube, es ist von Logan. Dana, du bist wunderschön. Willst du mit mir ausgehen? Ich fände es super. Ja, nein, vielleicht. Wer will ausgehen? Es muss 100 Kostüme sein. Bin ich der einzige Student, der nicht in diesem Show ist? Rachel? Ist das dein Stift? Ja! Ja, danke. Nichts zu werfen, geben. Nackig. Ja! Nein, fast. Leg ihn hier um. Mach. Mach. Ich lieb wirklich dein Kostüme. Danke. Also? Habt ihr Blöden für meine Dressenbücher gebracht? Nur diesen Gürtel. Wie geht es um eine Kostüme? Perfekt. Wir flirten. Ich lasse dich jetzt, die Veränderung zu ändern. Bleib doch da. Guck doch ein bisschen zu. Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. Firewalk war echt cool. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night, wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Maybe it doesn't have to end. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? Fuck yes. I was born to ditch. Was mit Schwänzen? Ja. Hold still. This is a lot of makeup. That's the price of valor. Close your eyes. Much better. Holy shit. Let's get the hell out of here. Ach, sind wir jetzt am Schrottplatz? Auf eine Romance. Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Wer stört? Hey, warum warst du nicht bei Kimmy? Alles okay? Yep. Was ist mit Drew gelaufen? Es heißt, du warst klasse. Yep, lass uns später reden. Okay. Ich glaube, der Elliot ist in uns verliebt. Aber wir haben ihm ein bisschen in den Korb gegeben, weil wir jetzt so eine kleine Romanze mit der Rachel angefangen. Rachel wants me to pull up a chair? Maybe one of these crates. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. Whoa. Nathan's dad is a Terminator? That? Totally checks out. I feel pretty confident there's going to be a dead body in here. Goal. Just another typical day skipping school with Rachel Amber. Things heavier than it looks. Guess I should sit down. All right, Chloe. We're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? What is wrong with you? What? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends? Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left it for greener, more northern pastures. That sucks. Hey, so, I want to say thanks for pulling you out of school. No, dummy. Thanks for last night. Ah. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you wondering what we're doing? What that occurred? Yeah. Well, I wanted to company. That's it? That's it? I believe I don't know. I don't know. I need a little more. Ah, come. Let's go. Let's go. Let's go. Good to fucking go. Anything beats another second in Blackwell. You really hate it there, don't you? You don't? Right. What reason would Rachel Amber have for hating Blackwell Academy? Your high school royalty. You don't know me. Yet. Let's do something fun. We can flirt. V-Card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know. Okay. Something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two truths and a lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves. Two of which are the truth and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Yo, lass machen. Sounds fun. You're on. It's been a while gespannt. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia? Greece? Kathmandu? Kathmandu? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay. So, ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Also, wir wissen ja, dass, äh, nee, die wollte doch nach L.A., nicht nach New York, oder? Aber wir sind ja auf dem Broadway. Ich dachte, wir hätten in Teil 1 gehört, sie will nach L.A. Wegen Filme und so. Nicht nach New York auf dem Broadway. Ich weiß es nicht. Löwe, beidhändig oder New York? Was ist die Lüge? Was ist die Lüge? Bin mir nicht sicher. Also, ich hätte gedacht, in Teil 1 war es wirklich so, sie, sie wollte nach, nach Los Angeles gehen. Ich probiere mal New York. Die anderen waren kurz, ja? New York war tatsächlich die längste. Wir probieren mal New York. Ja! 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 Ich habe nur noch in Oregon gelebt, also nichts zu vergleichen, ich denke. Dann werden wir das einen Tag verändern, nicht wahr? Okay, deine turn, Freis. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie, or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. Wie ich immer versuche, den Stream zu pausieren, wenn ich kurz weg muss. Aber du kannst das nachgucken auf YouTube, ne? Die Folgen werden nach und nach kommen. Heute... ...kommt die erste. Dann machen wir jetzt eine Lüge. Ich bin in einer Band. I'm secretly the lead guitarist of an all-girl-misfits-coverband, called the Misfits. Impressive. Ich muss eh nur, Pippi. Dann verpasst du nicht viel. Und noch ne Wahrheit. Ich wollte als Kind Piratin werden. Ich bin immer noch eine Pirate als Kindleben. Ich hab mich inannah in Rotten. Ich wollte immer ein Pirat wenn ich bin. Ich war immer wieder. Ich war immer wieder. Ich bin immer noch eine Pirate. Ich bin immer noch bei mir. Bootties? Oder boobie? But you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work? That place is a hellhole filled with shit where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel, though. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. So, let's talk about this lead guitarist business. The business of show. As much as I'd love to be a groupie to your all-girl-cover band, The Miss Fitz. I'm gonna have to call Liana. Hat sie uns durchschaut, hat sie uns durchschaut. There's no way you'd ever a groupie. Okay, that's fair. Backup dancer with vocals. Obviously. The problem is... Your hand is smooth. No calluses. You don't play guitar. Fiddy, too. You'd look hot on stage. So... If my math is correct, you told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is... something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first. Embarrassing number of moving violations second. Oh, die werden kommen, die Verkehrsdelikte. Hey. Thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. No problem. I hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a Bastion of trust and empathy. I'm just not really into touchy-feely shit, but I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. I wouldn't mind listening to some music. Hey. Want to listen? Oh. Oh, my God. Oh, my God. You know? I know. Oh, my God. And I think that's so cool. I know, like, yeah. Oh, you want a verse? Oh, you want a verse? Okay, vamos weiter. Vamos weiter. A little bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. Oh, you forgot it. Don't be surprised, Chloe. If one day... I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out. We're here. What? Where is here? Jump and find out. Did you say jump? Jump! 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 Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. was zeigt sie uns jetzt einen wundervoll romantischen Platz was wir wollen knutschi butschi absolut richtig richtig und richtig ich muss mir dann nachher noch schnell was neues zu trinken jetzt habe ich nichts mehr zum trinken gleich und ho all the world's a stage and shit but I'm not an actor really I see you acting like you're tough all the time in school I that's damn it this game involves spying on people from afar luckily we got some high-tech surveillance equipment right here let's buy it up gleich mein spatz gleich 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 das ist aber gleich verhungert dabei hat er schon heute ordentlich gefuttert das war meine letzte Quartier du? Quartierlos verdammt hey vielleicht kann ich MacGyver etwas ich habe gesagt, dass ich ziemlich handig bin oh ja? wir sehen, was du hast okay MacGyverini let's go wollen wir uns einmal beeindrucken ja jetzt schreiben die schon wieder tut mir leid wegen Drew nicht deine Schuld mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch nur die meiste Zeit vergiss es okay können wir jetzt beide machen Rachel really wants to use this viewfinder I'd love to get it working for her okay this whole day is out of order but in the best possible way huh looks like I might be able to pray it open with the right tool schon ein bisschen kaputt do damn that's an old tree wait does this sign say butt rot braunpo hohohohoho Oregon Weißeiche alias Gary Eiche die ikonische Weißeiche des Stadtparks von ach du scheiße Culmination ist eine der ältesten Bäume im pazifischen Nordwesten ihr gebogenes, stuhlartiges Entschuldigung Wachstumsmuster reflektiert den Brauch amerikanischer Ureinwohner Bäume zu formen, Umfahre oder Gebiete von kultureller Wichtigkeit zu markieren war eigentlich gar nicht so lustig aber irgendwie bin ich halt doof das Alter des Baumes wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt obwohl braunporlinge im Inneren eine genauere Analyse verhindern eine Narbe am nördlichen Ende des Stammes bezeugt, dass der Baum vor ca. 200 Jahren einen direkten Blitzeinschlag überlebt hat Taten Höhe 13 Meter Durchmesser auf Brusthöhe 1,60 Alter 400 bis 450 Jahre Querschnitt des Stamms Die eng zusammenliegenden Ringe weisen auf Zeiten der Trockenheit Krankheit und erneutes Wachstum nach einem Waldbrand hin Danke, jetzt haben wir es geschafft Gerne Da unten ist eine Eiche Ups The lonely oak looks lonely Guess even trees have outcasts Ok, ich brauche hier ein Werkzeug Looks like this one might actually be working Was this how a historic axe murderer searched for their next victim? Überall hinterlassen wir unsere Spuren Stop sextanting the interns Wir sind einfach so was von krasse Rebellen So, wo finden wir jetzt ein passendes Werkzeug? Dieser Ort Dieser Ort markiert die Endstation von Edskiel Blackwells Expedition Richtung Westen Um die Städte Culmination und Arcadia Bay zu gründen Am 14. März 1838 verließen Blackwell und eine Gruppe Siedler Independence, Missouri, Richtung Oregon Am 3. März 1839 erreichte Blackwells Expedition Overlook Park Als er von dort den Pazifischen Ozean sah erklärte Blackwell die Expedition für beendet und gründete die Stadt Culmination Die Gruppe reiste später weiter Richtung Süden um Arcadia Bay zu gründen das nach Blackwells Bewunderung für die Schönheit der Natur in dieser Gegend und seinem Wunsch in Harmonie mit den Ureinwohnern zu leben benannt wurde Culmination Gipfel Umbenannt in Culmination Staatspark wurde 1997 unter Gouverneur John Kitzhaber zum Staatspark erklärt Northwest Baylor erbaut 1992 feiert das 150-jährige Jubiläum von Culmination Okay, danke, tschüss Wir brauchen Werkzeug Nee, nicht erschrecken In Gedenken an Martin Louis Prescott dem wunderbarsten Sohn von Arcadia Bay Kann ich das nehmen? Kann ich Nee Woa Meine Hierarchie des Needs geht's pot, dann beer, dann wine. Still, Wino hat eine classy ring zu sein. Hey, spare some change? Sorry, wir haben vielleicht ein paar lefte-over-food, wenn wir fertig sind. What? No, ich bin... What kind of food? This place has wirklich gone down hell. Shh, sie ist da. Watt für'n Wichser. Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. Keine Bindungsängste. Kann ich die jetzt immer noch nicht nehmen? Nö. Und ich will aber auch nicht die Eichhörnchen erschrecken, ich bin kein Arschloch. Schau mal da mal da hinten. Ja, da bräuchte ich ja was. Können wir da nix finden? Äh, ich denke, ich hab' mir gedacht, ich hab' dir einen Knopf aufbauen. Hast du einen Knopf? Einen Knopf? Ja. Meine Mutter hat meinen. Äh, nein. Wie geht's mit einem... ...Nail-File? Ich glaube, du könntest jemanden mit einem Knopf-File schrauben. Nimm die doch. Right. Sure, let's try it. Nimm sie. Und mach das. Victoria. Chloe Price. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das im Periodensystem Fick durchliest? Ich hab' dafür Ärger bekommen. Du hast mich grad eine, was? Photese genannt. Tellur ist Tee und Seelensee. Fick dich. Du bist so tot. Ja, dann kann ich ja jetzt die Tafel holen. Tafel, 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 Tafel. Info-Tafel holen? Los, lass mich laufen. Sonst pressiert's. Da, Widmungstafel, holen wir uns. MacGyverino. Jetzt schmeißt du die Nagelfeile von der anderen weg. Stealing eine Dedicationplatte takes Persistenz. Okay. Spiele. Hey, aufgepasst. Wels ist auf dem Kriegspfad. Oh nein. Ernsthaft? Ich versuch nur zu helfen. Ja klar. Du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hatte richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas Depri. Weiß nicht warum. Aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. Na siehste. Haben wir doch auch ein bisschen was Positives hier gemacht. Haben wir's? Ja. Aber jetzt gibt's doch bestimmt gleich Knutschi Knutschi, oder? Ich will nicht sagen, dass ich das nicht gleich geknutsche kenne. Ich will nicht sagen, dass ich dir das für mich lasse. Chloe Price. Du bist wirklich der Blickfinder-Wesperer. Ich stehe in all of your powers. Ey, wenn das jetzt nicht gleich, wenn das nicht gleich Geknutschi gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, auch. Ja, auch. Ich sollte wirklich schäuern, heute Morgen schäuern. Mhm. Mhm. Du findest ein paar Leute, die wir uns zu spieren, und dann, du und ich, will acten aus, was sie sagen und denken. Das ist das? Ich mache das in meine Hände, während, like, jeder Klasse. See? Du bist ein Natur. Du kannst es versuchen. Okay. Hey, was du sagen, wir barbequen ein paar Squirrels, wenn wir hier sind? God, du hast einfach die besten Ideen. Sweet Beanie. What do you suppose she's thinking? Sure, the view's great, but I prefer to look at pictures of nature on a computer. Ugh, the grass around here is so not green enough. I cannot wait for the machines to take over. Hmm, what's going on with these two? Hahaha. Hahaha. And the Lord said it, thou shalt make a birth offering of your firstborn son. Who are you talking to, dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Hahahaha. Further. Hahahaha. Further. Wow. That was dark. Aber lustig. Too dark? Perflegt dark. Es war lustig. Hallo. Deilwitzig. Loving this guy. What's he thinking right now? Hahaha. Hahaha. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic. But also beautiful. In its own way. Hahaha. 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 Who's next? Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Is this your father? Hahaha. Jackpot. Commence make out session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn. Is this your father? Also from the Rachel? Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Rachel's father? Hey. Are you alright? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Uh. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party. Be my guest. How gracious of you. Why is she now so pissing? Was that your father? They have a bottle of wine. Let's steal it. Uh, okay. Or we could try to try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody. Right? And... Fuck it. I just want to take something that's not mine. I'm gonna take it. I just want to take something that's not mine. Alright? I'm gonna take it. I'm gonna try to keep it up. I'm gonna try to keep it up. Better act. Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Uh, look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. Uh, no. Yep. Definitely needs mouth-to-mouth. Okay. Okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Hey, look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever? Or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh, my God. You're right. Hey, wow. I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah. Good work, everyone. Peace out. Yeah, nö. Aber okay, wenn er's glauben mag. Die kippt ganz schön rein, du. Das war ihr Vater. I... I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Bin mir fast sicher. Fast. Oh, komm jetzt wieder an den Schrottplatz. Hey, check this out. What? 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 Great. It's a pile of trash. Uh, yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. No. I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry. Turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Score. I don't always drink beer, but when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Home run! Can I see? Sure. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! Why not? Because... Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this, exactly? You know, you know what I'm doing, right? I don't want to ruin this the way I'm doing. I don't want to ruin this the way I'm doing. I don't want to ruin it, but I don't want to ruin it. Whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, I... I... You know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Oh, jetzt wird's jetzt wieder. Fuck this place. Geil. Geil. Mia. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. I've never understood your heart on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and now one of them showed that you were going to leave when I needed you once. Gute camera. Gute camera. Fuck you, David. Fuck you, David. Oh boy. Oh shit. Dad! Oh! War das sein Auto? Oh! Nipputs! Untertitelung des ZDF, 2020 Alles mal richtig schön rauslassen Aber das tut gut, mal... Achso, ja, ich habe ja nichts mehr zu trinken Einfach mal richtig schön die Aggressionen rauslassen Einfach mal alles rausschreien, rausschlagen Das ist die Ode Untertitelung des ZDF, 2020 Weil du nicht real bist Ich bin nicht Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Hey, where's my marker? Oh, there it is Was ist passiert? Sorry, sweetheart I guess I'm getting into your personal business Dad used to hate it when I wrote on shit I guess I did that I guess I did that Will ich auch? Hey, hat sie doch jetzt geschlafen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik You came I'm glad Hey I couldn't let the day end with Whatever it this afternoon was Chloe I want to talk to you about something But I don't know how to talk about this You don't have to tell me anything You don't want to You remember that guy that we saw Under this tree with that woman The ones who were making out That was my dad Alright And that woman Was definitely not my mom Oh The worst part is I'm not surprised I felt like my dad's been lying about something for a while I just I didn't know what it was So when I saw he got a text from an unknown number Asking him to meet I thought I could catch him or something I'm so sorry Rachel I don't I don't know what to say Neither do I Chloe I love my dad I love him And I never want to see His fucking face again When my dad died I was so mad at him For months I felt Wrong Because Half the time I thought of him I wanted to Scream And the other half I Forgot Forgot that anything had changed It's silly But I've carried this photo around with me for years It's from Mount Hood My dad took me hiking there when I was ten And it started raining And I fell and broke my arm three miles from the car I remember screaming like I was gonna die But My dad He carried me down the mountain I still remember the smell of his coat And how calm he was And the sound of his voice And He was just so strong You know I I felt safe You trusted him Completely Here Chloe I owe you an apology Hey We were both Kind of the Queen of shitty No I mean it Whatever's Going on Between us It's Intense And new And awesome And You had The courage to tell me that you feel it too And I treated you like shit Courage? I don't know if I'd call it that More like Blind desperation And maybe a slight buzz from that wine I just want you to know I'm lucky That you were with me today You're a badass Chloe Price What? Remember that biker asshole Who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him You saw that? And those skeevy douchebags Who followed you upstairs? You dropped that one guy With a bottle to the face Only because you showed up At the last minute And What about Drew? When he was picking on Nathan You got Right in his face And called him out That was pretty sweet Actually See? You're the real thing Chloe I don't know Anyone like you Plus You came along with me No questions asked Well I don't really need a Good reason to ditch school I guess tomorrow They'll be hell to pay My mom might skip grounding And just go straight to the death penalty And my dad Will definitely punish me with Fuck your dad Fuck him What I wouldn't give to leave this place And never look back What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here Not anymore So If I came to you tomorrow And told you to pack your bags I'm serious Let's do it, Chloe Let's leave this place forever Okay Can I borrow your lighter? Thank you Let's do it Come on Come on Oh oh Der Baum ist 450 Jahre alt Und die hat ihn angezündet Ich hab's genau gesehen 450 Jahre alt Ich glaub das gibt Ärger Mal eben schnell einen kleinen Waldbrand ausgelöst Bis zum nächsten Mal Kleiner Waldbrand, sieht schon heftig aus. So klein, so klein, ganz kleiner Waldbrand. Wir werden wahrscheinlich oder vielleicht auch noch herausfinden, wer sie ist, ne? Mit der da, der die da rumgeknutscht hat. Life is Strange, before the storm. Episode 1 haben wir, glaube ich, jetzt fertig gespielt, oder? Ja, dann haben wir jetzt ungefähr knapp zweieinhalb Stunden gebraucht für Episode 1. Das ist eine gute Zeit.